hallo und herzlich willkommen ich bin der ricardo und ich hoffe meine begrüßung wurde gerade nicht ganz seltsam abgeschnitten aber egal ich habe jetzt ein bisschen was umgestellt an den einstellungen ich hoffe das passt also nicht wundern falls lag und ja also wo gehen wir denn hin ich bin von mosty wo wohl nicht mosty ich bin für das mal flasch flasch hatten wir in der ersten fortnight folge so viel glück da habe ich vielleicht das verlangen noch mal zu gehen weil das ist halt es ist flaschen so ist es überhaupt die richtige richtung ja so okay ich hoffe das passt ich habe jetzt einiges wieder umgestellt und nicht nur in fortnight auch in obs und alles und ja ich hoffe es ist jetzt noch hochauflösender und noch flüssiger und alles und soja ich glaube ich schaffte es gar nicht um mein gott liegt da niemand fliegt da mir an mir jemand vorbei da ist auch immer eine kiste glaube ich ja ja da ist eine oder ne das ist eine Toilette ich sehe niemanden das ist ja Flasch Factory nur für mich Fragezeichen okay ich komme jetzt im Verband hier eigentlich wollte ich und schütteln wieso bin ich so dumm ich hätte langsam machen sollen aber nein okay Revolver ja gut na also was soll man dazu sagen was ich habe neun ja klar wie ich schaffte den sprung nicht okay gut ich glaube ich habe echt die komplette Flasch Factory nur für mich fröhlich fröhlich war das nicht so fröhlich war die immer voll besetzt okay erstmal trinken und wir sind schon mal unter den Top 60 so also warte hier ich schiebe das da mal hin und das da hier hin wo geht es hier lang also hier geht es wieder hoch okay da drüben ist noch irgendein Item das nehme ich auch gleich mit so dann habe ich ja schon mal einiges an Leben ja okay das durch den Fallschaden das war echt das ist ein bisschen ärgerlich aber das passt schon so viel war das ja nicht oh cool nochmal was auf Reserve okay ähm warte okay tut mir leid bin kurz rausgetabt hier das nehmen das auch nicht äh nehmen hier drei Daten so vielleicht schaffen wir hier ein Granatenfühl was ich ehrlich gesagt ein bisschen bezweifle aber egal wir haben ein Sturmgewehr wäre mal nice wir haben kein Sturmgewehr ne da ist nix so viele Kisten gibt es ja gar nicht in der Flash Factory so warte hier ist noch ganz viel Munition dort hinten auch ähm ich hätte gern ein Sturmgewehr Sturmgewehr hallo ich hab mich verlaufen ich weiß nicht mehr wo ich bin ich möchte ein Sturmgewehr hier ist definitiv keins und ich hab jetzt nur diese das Sturmgewehr das ist nicht toll da oben ist auch nichts da war ich schon okay ach und by the way ihr könnt ja wenn euch meine Videos gefallen könnt ihr es ab Nautica anschauen oder ähm zwei Kisten oder oder The Forest The Forest ist ein tolles Spiel als ob der jetzt immer ach Gott egal da war Munition drin Munition ist gut wir gehen mal da rum oh Gott und wir sind noch komplett am Rand ok ok mal sehen ob das was wird ich lauf gleich mal mit dem Teil in der Hand weil ich hab immer noch die Hoffnung dass ich ein Sturmgewehr finde was ist besser das hier äh ich hätte gerne ein Sturmgewehr bitte ein Weihnachtswunder wäre das nicht toll ok ja Subdutica und The Forest nebenbei sind das die Projekte die ich auch noch spiele könnt ihr euch anschauen sind toll hm ich weiß nicht wenn ich jetzt hier weit komme dann werde ich wahrscheinlich und es ein bisschen Action gibt dann werde ich wahrscheinlich nur diese Runde hochladen und keine zweite aber wenn die Runde jetzt so langweilig bleibt und ich einfach instant weggesniped werde dann werde ich eine zweite Folge äh eine zweite Runde noch dazu schneiden und ja da ist nix drin das ist die Enttäuschung meines Lebens warte ich kann ja hier mal das passt schon oh nein das ist die falsche Richtung muss hier hoch komm schon komm schon ach jetzt ist da nochmal ein Berg hier wurde anscheinend gekämpft ich würde schön finden wenn ich ein Sturmgewehr von irgendeiner Leiche kriege oder so so ich nehme mal hier gleich den Weg nach oben geht schneller hier ein Salvengewehr hier ist wahrscheinlich niemand oder war da jemand? oh scheiße ok warte es geht noch da unten ist er ok 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 fuck so da bin ich ja schon wieder letzte runde über die reden jetzt einfach mal nicht ich glaube ich die mutlage aber nun gleich gehen einfach so mal ein bisschen rein zu looten so vielleicht ein bisschen mehr action letzten angestellt hat jetzt gerade überlegt was hätte ich tun können die von hinten mit dem in meinem salvengewehr rein schießen können in den kopf oder keine ahnung was oder mit der schrotflinte den kopf aber ich habe es nicht getan ich habe zu schnell reagiert ich wollte ihn unbedingt tot haben das war echt ich hätte so viel besser machen können ja ich nehme das boot boot schwester komm lande lande land und busch ist ein weihnachtsbusch die sein weihnachtsbusch weihnachts busch ich will ein weihnachtsbusch sein komm schon komm schon geh weg weg vom wasser aber wenigstens habe ich jetzt mein sturmgewehr ich wurde getötet damit mein weihnachtswunsch in erfüllung geht bin ich jetzt ein weihnachtsbusch ich muss den nehmen ja ich bin einer ja mein traum wird wahr ich bin zwar jetzt ultra auffällig aber es interessiert mich nicht ich bin der weihnachtsbusch der bin ich ja und jetzt ist hier nicht mal die kiste da oben ist eine dieser busch der sorgt dafür dass ich nicht allzu viel sehen kann die sonne kiste drin ist ich gar nicht noch nie mehr kisten darin gesehen was ist denn hier los der busch im wasser niemand weiß ob das ein spieler ist oder ein busch ein ganz normaler diese frage zwei kisten wer hat meinen busch weggeschossen du dreckiger arsch alter was war das für ein krit alter was ging denn mit dem ab du arsch ich mach dich weg ich mach dich weg ich hasse mein leben schweiß es geht ja schon los auch bei ich war gerade noch trinken holen und bin jetzt wiedergekommen und bin jetzt aus der puste hi alter cool den weihnachtsmann oooooh oooooh du bist ja super süß alter ich liebe ihn ist ja nicht wunderschön so mal schauen wo ich lande nehm ich mosty komm ich geh mosty ich bin gerade noch außer atem so dann mach runter vom weihnachtsbus straight alzer straight nicht auf dem baum landen das endet böse Mosty wurde Ist nicht mehr so geil, oder? Oder ist die Chance einfach geringer? Auf jeden Fall ist da eine Kiste, da gehe ich hin Aber nur, weil ich ein Mosty-Fan bin Oh, das sind zwei Kisten Ja, geil, Mosty-Fans werden belohnt Was? Der habe ich da schon gelohnt Okay, ich dachte, ich habe gerade den geilsten Wack meines Lebens Da hinten ist einer Was ist dort? Ich hätte gerne noch eine Schrotflinte, bevor ich Hier irgendwas mache Das brauche ich nicht Ich glaube, ich gehe gleich auf den zu So, hier die Munition noch mitnehmen Munition ist immer wichtig In dem Baum da Da ist immer so eine Ist immer irgendwas drin Hä? Ah ne, in dem Kann ich trinken? Nein Oh, scheiße Ich hätte mit diesem großen Schilddrank warten sollen Vielleicht finde ich ja noch was Aber wer rechnet damit, dass er jetzt noch diese kleinen kriegt Also Ich glaube, das kann man mir verzeihen Und jetzt wird gejagt Wo ist der? Da war doch einer 100 Pro Wo ist der hingegangen? Lootst ihr hier noch Das in dem Haus? Wo finde ich den? Hallo? Wenn ich den jetzt halt nicht töte Kann sein, dass er später von hinten kommt Und das will ich nicht Aber Weil ich ein Idiot bin Töte ich ihn nicht Okay, wir haben noch Eineinhalb Minuten Das heißt Ich kann Noch ein bisschen hier Rumlaufen Und beim Glück versuchen Eine Schrotflinte wäre geil Die wäre echt geil So eine geile, schmackhafte Schrotflinte Nehmen wir die in die Hand Noch ein Hey Wenigstens etwas Als ob hier echt niemand war Ich weiß ja nicht, was los ist mit denen Wieso gehen die Wo treffen die sich alle? Was ist los mit den Spielern? Früher war hier überall Alle verteilt Aber jetzt Jetzt sind die nur noch An bestimmten Orten Glaube ich Lootlake sind immer ganz viele Also war ja schon immer so Lootlake Lootlake war jetzt Ein scheiß Ort Aber ich mag ihn Ach der kann ja Hier das Oh, Tür ist offen Okay Ich sollte jetzt mal Weiter gehen Nicht dass der Sturm mich Wieder einholt Oh Hat sich ja gleich doppelt gelohnt Weiter zu gehen Nein Okay Ich dachte ich will jetzt wieder leben Puh Also ich habe jetzt mein Sturmgewehr Das fehlt nur aus der Weihnachtsbusch Und einen Sieg Es leben ja auch nur noch 36 Nehmen wir hier noch ein paar Ressourcen mit Kann man ja immer gebrauchen Ich versuche jetzt auch mehr mich einzubauen Wenn ich angeschossen werde Normalerweise tue ich dann immer meine Waffe zücken Und versuche sie dann gleich abzuschießen Aber ich sollte mich erst mal einbauen Und erst mal wieder Zu mir kommen Greasy growth Okay Jo, was ist denn hier passiert? Hier ist ja ein Munitionslager Fertile Fields Ich gehe mal hier durch den Wald Ist sicherer Aber den großen Baum Den nehme ich noch mit So, habe ich kurz mal nach Fußspuren oder so gehört Habe aber keine entdeckt Dieser Busch da oben ist ziemlich verdächtig Aber ich gehe jetzt einfach mal vom Besten aus Und hoffe, dass das keiner Kein Spieler war Aber hier waren auf jeden Fall Spieler Rauchgranate Ne, die nehme ich nicht mit War das ein Spieler Oh Zone Ich laufe da rum Komm schon, komm schon, komm schon Komm schon, ich will nicht hinter die Zone Das ist ein Schaden Ich habe auch keine Verbände Stimmt Ach nee, 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 nee Komm schon, komm schon Oh nein Wurde ich angeschossen Bitte nicht hinter die Zone Nein Oh Alter Wir gehen gleich weiter Und man, diese vier Schaden Ich mach dir jetzt Ich wette jetzt kommt zu einer Und dann mach dann genau 196 Schaden Und dann bin ich hin zum Tod So wie im letzten Video Oder war das im letzten? Das waren einfach noch mehr von denen So, wo muss ich eigentlich hin? Greasy Grove, oh Gott Das heißt Das heißt, es wird wahrscheinlich in der Stadt sein, oder? Oh mein Gott Aufpassen, dass hinter mir keiner ist Und dann weiter Aufgeregt Die Runde geht auch schon wieder acht Minuten Ich nehme den äußeren Weg Noch hatte ich keinen richtigen Feindkontakt Ach nee, jetzt sind wir Flush Factory Ach nein Das wollte ich doch nicht Egal, wir haben noch eineinhalb Minuten Bastion Okay Ich bin Wieder ein bisschen angespannt Da ist ein Weihnachtsbaum Komm schon Ein Sieg Da sind die zwei Kisten noch Die können ich mir auch gönnen Okay Auf der Minimap sieht die Zone jetzt voll komisch aus So, als ob die im Meer wäre Aber Das ist wrong Ich wäre da fast runtergefallen Oh mein Gott Nicht nur auf die Minimap schauen Warte, ich muss hier rüber Ach Gott 15 Spieler Die bekämpfen sich gerade wahrscheinlich alle Und ich komme jetzt hier so Und weiß überhaupt nicht was abgeht Und Zone wird kleiner Ich würde es cool finden, wenn ich gewinnen würde Einmal Komm bitte Zum Angeben Ich will angeben Dann habe ich es geschafft Ich versuche das hier so lange, bis ich gewinne Wenn ich nicht gewinne Dann werden unendlich viele Folgen Fortnite kommen Da, ich gehe mal hoch zu den zwei Bäumen Ich bin jetzt in der Zone Bitte nicht sterben Hier einfach mitten auf der Fläche kurz stehen geblieben Ich gehe mal davor Okay Noch acht Spieler Oh mein Gott Ich müsste eigentlich nur noch warten Und schauen, dass ich Und dann ins Finale komme Und dann muss ich nur noch einen töten Hm Ja Hat er auf mich geschossen Definitiv auf mich Der schießt auf mich, oder? Komm schon Bau dich auf Ich gehe mal Was ist das? Hilfe! Was? Nein! Fuck!